Wahnsinnig gut, sehr inspirierend, gerade auch so zum Ende eines langen Kongresstages fand ich es wirklich sehr, sehr gut. Und die Heimtierbranche ist sicher eine Branche, die weniger Innovationskraft hat wie andere Branchen und von daher fand ich es wahnsinnig anregend und auch mal mit vielen Denkanstößen. Das Thema mit dem Füllhorn und der Kanalisierung der vielen Projekte und dass man eben gewisse Dinge einfach nicht ändern kann, dass man aber letztendlich das, was man reinfüllt, ändern kann, das fand ich ein sehr, sehr schönes Bild und auch gerade die Metapher dazu oder beziehungsweise die Aussage dazu, dass das eine erstmal zufrieden macht, aber das andere eben erfolgreich ist, fand ich gut und werde ich sicher sowohl argumentativ im Kontext in Schnittstellen, aber wahrscheinlich auch im Team selbst und für mich selbst anwenden. Vielen Dank.